So hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends und heute spiele ich wieder Mitte mit dem Echo Vogel. Wir gucken mal, auch wie lange nicht gespielt. Ich spiele ihn eigentlich noch nicht im Ranked, aber ich dachte ich hätte gerade Lust drauf, mal so um gucken. Ich gebe da ein bisschen die Champions durch, ich gebe mal wieder denselben und auch schon bis. Das ist nicht gut. Und da ich jetzt in Early Dully bin, spiele ich sehr, sehr, sehr passiv. Sehr passiv. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht. Also eben. Und alle durchgerutscht. Außer dich. Ich traue nicht so weit nach vorne irgendwie. Ja, keine Chance, der stirbt nicht mehr. Schade. Ich wusste aber, dass ich nicht mehr wegkomme. Obwohl der vielleicht fäsch. Egal. Ich mag ihn wirklich nicht. Ich wette, ähm, später oder später im Verlauf reiße ich es meistens wieder. Naja. Aber Fizz ist halt nervig, der kann ja die ganze Zeit die, äh, Attacken lodgen und so blubla. Aber ich habe gedacht, dass ich mit dem Thunderlord, weil ich habe ja Thunderlord Mastery drin, vielleicht noch mal ein bisschen arg, wenn jeder Thunderlord hat. Gas geben. Was hat ein Fizz? Fizz hat auch Thunderlord. Warte. 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 Keine Ahnung. Das tut dann gar nichts. Hm. Ich versuche einfach zu farmen, irgendwie wie es geht. Falls es geht, in der Regel tut es das eher nicht. Aber Fizzy Boy kommt gleich wieder. Ah, da ist er. Da hat jetzt die fette Creepwave. Ich warde mal. Wo ich es gerade kann. Und hoffe, dass er jetzt gleich wieder weiter pusht. Und ansonsten kämpfen kann ich jetzt knicken. Also kämpfen muss ich auf jeden Fall. Ausweichen nicht tun. Wie auch immer. Aber ich krieg so echt keine Last jetzt. Ich mach auch keinen damage an dem. Ja, ich brauche, ich brauche gar nicht reingehen. Das kann ich vergessen. Er ist ja schon Level 5 und hat ein bisschen mehr. Ja. Der kloppt mich halt weg. Geht. Ja. Ich brauche keinen damage an. Ja. Ich brauche einen mal. Also für das eine Mal bin ich jetzt noch weggekommen. aber... Oh, ich brauche meine Ulti. Ah, Fist hat Ulti. Nein. Oh, wenn der mich jetzt ultet, dann muss ich da raus. Ups, nein, kann ich vergessen. Ich bin nur wegen Eve geblieben. Komm schon, vielleicht macht die was, macht die was, komm, kill ihn. Okay. Ja, okay, komm. Hätte nicht bleiben sollen, oder so. Was hole ich mir denn auf Echo am besten? Bei Essential Items. Am liebsten möchte ich mir einen Sonjas holen, ja. Aber ich glaube, ich bin goldeffizienter, wenn ich mir erstmal sowas hier hole. Wenn ich die ganze Zeit werfen kann. Weißt du, eben gerade, als Fist die Ulti geschmissen hat, aus irgendwelchen Gründen habe ich gedacht, dass der die nur werfen kann, wenn keine Minions dazwischen sind. Weil noch zwei meiner Minions davor waren, war ich jetzt auch nicht ready. Aber die Ulti gilt ja für Spieler, gell. Ich habe gedacht, der kann nur werfen, wenn keine Minions da sind. Tja, war wohl nicht so. Endlich habe ich Ulti. Außen hat er schon Ulti, ich nicht. Das war sowieso dann klar. Ah, Gott. Ah, Fist ist wieder da. Oh, ja gut. Was ist denn Nasus jetzt hier unten? Zieh dich, Nasus. Na, ist gleich raus. Wirklich, habe ich die beiden noch gekriegt. Ich borde noch mal hier unten. Ja, ich kann so halt nicht fahren, weißt du. Das ist ein Ding. Den hole ich mir. Das darf der nicht. Ich habe auch nicht geflasht, zum Glück. Ja, komm, holen wir den. Hätte ich jetzt letztes Mal den Half-Bot nicht geholt. Ich warte aber noch auf die 35 Gold ab hier. Äh, die 25. Äh, die 20. Äh, die 15. Äh, die 10. Äh, die 5. So, was ich gern eigentlich machen in letzter Zeit, das Spiel in der Mitte übelst gern. Achso, Nasus-Jungle. Äh, übelst gern mit Teleport in der Mitte. Einfach mal, pff, doah. Einfach mal da rum. Ich bin übelst schlechten Farmen geworden. War ich echt schon mal besser. Aber ich dachte immer, dass es genervt ist. Sollte gar nicht so viel Schaden machen ohne seine Dings. Oh, da komm ich noch weg. Oh, oh, oh. Puh. Nasus war order, das war kacke. Aber schon 20 Minuten haben wir nicht. Ich hab keinen Hunger jetzt. Ich kann mir grad nichts kaufen. Ja, der macht den Turm. Ich will aber noch einen mit Farmen. Ich sag's euch, ich hol ihn wieder ein. Ich bin Late-Game und Mid-Game-Mensch. Das sehen wir so deutlich auch in den letzten Spielen. Ich bin so Late- und Mid-Game-Mensch. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, warum. Ich mag das Early in Leute irgendwie nicht. Weil alles irgendwie so langsam und verwundbar und irgendwie unberechenbarer ist. Ich finde, das Early ist unberechenbarer als das Late. Late kann ich genau sagen. Boah, den mach ich fertig. Den mach ich schon mal prozentig fertig. Weiß genau, wie ich jetzt aus dem Droschmesser tut. Early geht das nicht. Da ist das so ein bisschen hin- und hergestochere. Boah, das ist wieder Mist, ne? Ich komm auch mit Bot. Oh, die Riven ist ziemlich low. Alter. Ja, die kommt halt weg. Aber wenigstens können sie keinen Tower nehmen, weil ich jetzt hier runtergekommen bin. Ja, in der Mitte kann ich jetzt auch nichts machen, weil Fisk killt mich instant. Oh. Lol. Furcht aber. Bevor ich da mich in den Assist gekriegt. Das ist schade. Echt, es bringt nichts, wenn ich in der Mitte bin. Ganz echt, ich wäre wieder gestorben. Die hätten mich gekillt. Das weiß ich schon. Die hätten mich hundertprozentig gekillt. Ich hätte mich in der Mitte bin. Oh, ich bin da oben. Channing gekriegt. Oh Gott. Ja. Ich wollte den unbedingt noch haben. Im letzten Tick. Oh Gott. Oh Gott. Die Schilde. Egal. Egal. Gekriegt. 10.000 Schilde noch. Ja, die Ulti ging es nix. Ah, ich hab die ein bisschen zu unbedacht verwendet. Das stimmt. Aber egal. Oh je. Rund am Turm. Ja gut, Nasus Jungle. Der hat jetzt auch nicht so viel, äh, so viel Farm kriegen sollen eigentlich. Ah, die kriegen den zu dritt. Kein Ding zu dritt. Okay, so geht das. Ja, einfach ein bisschen aushelfen. Mitte war nicht so gut. Ich hänge trotzdem, äh, so 20 Glibs hinterher. Eigentlich soll ich also schon so 120 haben, aber... Naja. Ja gut, der Pushton. Ah, da ist Fizzy Boy. Möp. Hey, der drückt schon Damage aus dem... Er gut auch nichts, all level 10. Ja, obwohl... Oh, ey, warte. Der hat doch gar kein Dings mehr gehabt. Alter, weißt du... Er hat grad seinen Jump rausgehauen. Und er killt mich einfach instant mit seinem Coup. Dann müsste das Coup doch grad mal 40 Damage oder so machen, weil er so weit runter ist. Der sollte doch eigentlich nur so viel ziehen. Wenn... Lol. Wenn der, äh, Dings hat. Wenn er die Ulti drauf hat, markiert hat. Gut, ich dachte, die Mechanik wäre so geändert worden. Keine Ahnung. Oh, guck, bitte kill den, bitte kill den. Ich will noch ein Assist haben. Oh, er hat keinen Assist mehr gekriegt. Nein. Ja gut, warum ist eigentlich nochmal rein, dann? Was hat man jetzt nochmal gesehen? Oh, hier. Ja, top. Kann ich aber, denke ich, nix machen. Gleich. Der macht ne Tau. Ich geh mal runter, weil der wird wahrscheinlich weiter pushen jetzt. Die Frage ist, kann ich Lucian killen? Ich glaub nicht. Ich versuche es nur ein bisschen zu farmen. Ein paar Creeps wären nice. In der Mitte will ich nicht farmen, ganz ehrlich. Das killt mich halt einfach. Kann ich mir genauso sparen. So. Oh, bevor ich ulten konnte, entsehe ich. Ich hebe mir die schon immer ein bisschen auf, aber... Ich wusste echt gar nicht, was ich jetzt machen sollte, als die alle gekommen sind. Frank haben wir hoffentlich gekriegt. Naja. Keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Was hol ich mit Echo denn am besten bei den Dings? Schuhe, Verstärkung und die Movement Speed. Ich brauche heute mein zweites Item. Die haben meistens schon die zweiten Items fertig. Was ist eigentlich für ein Item hier? K-Haze Shard. Ist das so in Statics? Okay, schon nett. Wir haben immer noch keine Homeguards. Ich vermute mal das Game, was wir verlieren. Ich finde Fizz übelst... keine Ahnung, nervig. Oh Gott, ernsthaft? Das wird jetzt doof. Oh, ich habe nicht mal einen Assists gekriegt. Äh, doch Assists habe ich gekriegt, aber... Mh. Ich wollte... Gitter. Nee, Homeguards gibt es immer noch nicht. Als man gesagt hat, 20 Minuten, von daher. So, auf geht's. Mh. Fing immer noch hinterher. Ich trau mich gar nicht mehr mit. Das bringt nichts. Das killt mich. Okay, jetzt ist er grad weg, aber... Ich hab nie Glück gehabt. Ich hab nie Glück gehabt. Ich hab nie genug gebraucht. Damage-Nasos. Okay, gut. Damage-Nasos. Vielleicht sollte ich mir ein Exorcist holen, ne? Aber die haben eigentlich nur Fizz größtenteils. Was AP macht. Na, ich hab mir das ja als nächstes. Riven, auch Level 11. Oh, die Riven hat 10 Kills. Auch. Ja, die Splitpushen mal wieder die ganze Zeit. Ich kann ja da an die Base verteidigen. Die Zeit ist nicht auf deiner Seite. Die Zeit wird nicht heilt. Fizz macht unten den Tower. Die pushen ganz gut. Oh, die von uns waren tot, ne? Ja. Wir hatten bei uns die Kills. Ähhh... Boah, Leona 5 Kills. Leona 5 Kills. Und... 7-0. Autsch. Das ist nicht gut. Jetzt geh ich nochmal mit dabei fürs Rechnerhaus. Für Serino. Ah, ich hab ja gesagt, ich werde schlecht die Spiele arm und hochladen. Deswegen will ich das auch nicht mehr. Fünf Assisters. Ich geh immer so weit zurück, wie es geht, wenn ich, äh, die Kugel geschmissen hab. Oh, oh, oh. Eve. Nein, 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 nein. Oh Gott. Zu früge Ultis, glaub ich. Ja, ich wollte mit der Ulti rein erstmal heftig Schaden machen, aber es war nur... Der ist aber so dran. Er hat ja keine Chance. Äh, ne, komm, Serino mal noch nicht. Ich brauch mehr Items. Ich hätte gehofft, dass ich ziemlich Damage anrichte, weil Fizz wäre gerade in dem Moment runtergesprungen von seinem Stab. Ich hab gehofft, ich treffe den, aber hab ich nicht. Schade, aber jetzt sollten wir umgarten. Oh, komm schon, Fizz sterben. Oh, komm. Okay, den Fizz kriegen wir nicht mehr. Deswegen geh ich auf den hier. Ah, aber der hat jetzt noch den gekriegt. Wenn der weiter backgeportet wäre, wäre er weggekommen. Oh, ich hab most farm aus meinem Team. Ja, den kriegen wir nicht mehr da oben. Der portet sich weg, bevor wir da sind. Ich sollte mir auch mal hier das, äh, Lichbane holen, ne? Ich guck mal, ob ich da Tau hier unten krieg. Ah, der gekriegt. Oh, Fizz ist schon wieder da. Nö, nein nicht. Oh, da ist ne Riven und ne Darius. Nöp. Sparky Zack9. Oh, da ist nemmet. Ah, das ist nemmet. Oh je. Ah, fürs Ulti daneben. So, da muss ich jetzt ulten. Alter, das Zonias. Äh, ich hab schon das eh gemacht, wenn ich wollte auf den Drauf springen. Ja, kannst du vergessen, die Riven macht mir. Riven hat jetzt zwölf Kills. Autsch. Ähm. Ähm. Ich hab das Gefühl, ich mach keine Damage einfach. Warum wird ein Beko hier eigentlich kein Lich Bane vorgeschlagen? Was ist man denn hier? Äh, Lichu, Baino. Lichu, Baino, Mio. Wo haben wir denn das Schienen? Da. Warum wird das hier gar nicht vorgeschlagen bei Echo? Hm. Also, je länger das Spiel geht, umso mehr sehe ich schon außen für uns auch. Wenn die jetzt schnell beenden und irgendwie nicht weiterkommen, dann ist nicht gut. Ich warr hier mal so ein bisschen. Jetzt war es gerade auch riskantieren, hier langzulaufen. Im Riven kann ich auch nix machen. Die ist so strong jetzt. Weh, ich verlass mich in die Farme. Lass mich in die Farme, ich verlass mich in die Farme. Geh in den Jungle Leaf. Ich geh runter. Keine Chance, komm ich ja dran. Ich will da auch nicht so alleine vorpreschen. Come on, show me something new. Ouch, hier war ich gerade. Schon wieder. Ziemlich low. Riven macht tall. Was ist denn das für ein Schwert? Oh, wir haben einen afkar. Oh. Ja, wenn wir nur vier voten können, ist meistens immer ein afkar. Ja, das ist jetzt nicht gut. Ach, die siehe wieder. Okay, die siehe erst afkar. Ja, so kann man auf keinen Fall gewinnen. Geh mal, bang. Oh nein, ich kann mir auch nix kaufen hier wieder. Ich geh mit abfarmen. Jo, warum ist immer die Eve in der Mitte, wenn ich meinen Bitfarm holen will. Ohne Scheiß, das war jetzt schon mehrfach so. Das ist doof. Dann geh ich bot. Wenn ich bot bin, hol die Eve sich den Farme auf der Bot. Na, da kommt schon mal keiner in der havings ist. Ich will da gerade gar nicht echt, echt gar nicht so viel machen hier. Ich treffe aber meine Scheiße nicht, ey. Oh, ich hab noch geslaut. Ich hab deinen Arsch gerettet. Jetzt geh ich aber echt mal runter. Ja, ich muss top-deafen hier. Mit dem Bitfarm hinaus kann ich nix machen. Schon gar nicht, wenn man es nur zu 14. Ich werde aber trotzdem, ich hab Most Gold am Ende. Okay, ne, wenn ich jetzt das... Ja, Eve hat vielleicht am meisten, Eve hat am meisten. Komm, schnapp dich irgendwen, irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen. Boah, ich hab grad den R gespammt. Ich hab R so hart gespammt gerade. Ist nicht durch. Ja gut, aber mein Shen-Eve-Kombo, die ist auch eklig. Kann man vielleicht was machen noch. Na, mal abwarten. Das Spiel wird sich so ein bisschen in die Länge ziehen, die Kaugummi. Aber ich gebe uns bessere Chancen, je folglich das Spiel wird. Gut, wenn sie wieder da wäre. Aber so wird's denn los. Ich gebe abends schon mal auf. Mal gucken. Ah, okay, Solana, komm. Kannst du vergessen. War ein Kack-Video. Aber ich hab gesagt, ich nehme alle. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Als krachen wir uns. Tschüss.